Ein rostiger, weißer Dazun fuhr gemächlich durch ein Wohnviertel nördlich der Innenstadt. Das Auto besaß keine Klimaanlage und der Fahrer, ein gut aussehender Mann Anfang 20, hatte sämtliche Fenster heruntergekurbelt. Er trug abgeschnittene Jeans, ein weißes T-Shirt und eine rote Baseballmütze, auf der vorne in roten Buchstaben das Wort Security stand. Er fuhr am bewalteten Campus der Jones-Force-Universität vorüber, einer Elite-Hochschule, die sehr viel renommierter war als die Uni, an der er studierte. Als der Mann das prunkvolle Eingangstor passierte, kam eine Gruppe von acht oder zehn Frauen im lockeren Laufschritt vorüber. Enge Shorts, Sportschuhe, verschwitzte T-Shirts und rückenfreie Tops. Eine Hockeymannschaft beim Training, dachte der Mann im Wagen, und die durchtrainierte junge Frau an der Spitze war wohl die Mannschaftsführerin. Die Gruppe bog in den Campus ein und plötzlich überkam den Mann ein so übermächtiges, erregendes Fantasiebild, dass er kaum mehr weiterfahren konnte. Er stellte sich die Frauen im Umkleideraum vor. Die dickliche, wie sie sich unter der Dusche einseifte, die rothaarige, wie sie sich ihre kupferfarbene Mähne abtrocknete, die farbige, wie sie sich ein weißes, spitzenbesetztes Höschen anzog, die lesbische Mannschaftsführerin, wie sie nackt umherging und ihre Muskeln zur Schau stellte und wie etwas geschah, das die Mädchen in Angst und Schrecken versetzte. Plötzlich waren sie alle in Panik, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, kreischend und schreiend und der Hysterie nah. Sie rannten wild durcheinander, stießen zusammen. Die Dicke stürzte und lag schreiend und weinend am Boden, während die anderen rücksichtslos über sie hinwegtrampelten, als sie verzweifelt versuchten, sich zu verstecken oder die Tür zu finden und davonzulaufen vor dem, was ihnen so schreckliche Angst einjagte, was es auch sein mochte. Der Mann fuhr an den Straßenrand, ließ den Motor im Leerlauf. Sein Atem ging schwer und er spürte das Hämmern seines Herzens. Ein so wundervolles Fantasiebild hatte er noch nie gehabt. Doch ein kleiner Teil dieses Bildes fehlte. Wovor hatten die Mädchen sich gefürchtet? In seiner blühenden Fantasie suchte der Mann fieberhaft nach der Antwort und stieß voller Verlangen den Atem aus, als er die Lösung fand. Ein Feuer. Der Umkleideraum stand in Flammen und die Mädchen waren bei dem Brand in Panik geraten. Sie husteten und keuchten vom Rauch, während sie verzweifelt umherirrten, halbnackt und voller Entsetzen. Der Mann hob den Saum seines T-Shirts und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Er wusste, dass es besser wäre, das Fantasiebild zu verscheuchen und weiterzufahren. Aber das Bild war einfach zu schön. Es war eine sehr gefährliche Sache. Falls man ihn fasste, würde er für Jahre ins Gefängnis wandern. Doch sein Leben lang hatte eine Gefahr ihn nie von irgendetwas abhalten können. Er versuchte sich dem Verlangen zu widersetzen, aber nur für einen Augenblick. »Ich will es«, raunte er, wendete den Wagen und fuhr durch den prächtigen Torbogen auf den Campus. Die Hockeymannschaft war verschwunden, doch der Mann fand problemlos die Sporthalle, ein niedriges Gebäude, vor dem die große Statue eines Diskuswerfers stand, gleich neben einem Sportplatz. Er stellte den Wagen an einer Parkuhr ab, warf aber keine Münze ein. Er steckte niemals Geld in eine Parkuhr. Die muskulöse Trainerin der Hockeymannschaft stand auf der Treppe vor der Sporthalle und unterhielt sich mit einem Burschen in einem verschlissenen Sweatshirt. Der Mann rannte die Treppe hinauf, lächelte beim Vorübereilen die Trainerin an, stieß die Tür auf und betrat das Gebäude. In der Mitte der Halle saß ein Wachmann hinter einem Schalter und überprüfte die Studentenausweise. Der Fremde drehte sich um und betrachtete eine Sammlung von Pokalen in einem gläsernen Schaukasten. Trophäen, welche die Sportler der Jones Falls Universität errungen hatten. Einen Augenblick später kam eine Fußballmannschaft in die Halle, zehn Männer und eine untersetzte Frau. Sofort schloss der Fremde sich der Gruppe an. Er schlenderte wie ein Mannschaftsmitglied an dem Wachmann vorbei und folgte den anderen eine breite Treppe hinunter ins Kellergeschoss. Er schlenderte gelassen mit ihnen, doch seine Augen waren wachsam. Am Fuß der Treppe befand sich eine weitere kleine Halle mit einem Cola-Automaten und einem Münztelefon. Der Umkleiderraum der Männer lag auf der gegenüberliegenden Seite der Halle. Das Mädchen aus der Fußballmannschaft ging einen langen Flur hinunter. Der Fremde beobachtete, wie das Mädchen eine Tür öffnete und verschwand. Dort musste der Umkleiderraum der Frauen sein. Sie sind alle da drinnen, dachte er aufgeregt. Sie ziehen sich aus, stehen unter der Dusche oder trocknen sich die nackten Körper ab. Das Gefühl, den Mädchen so nahe zu sein, ließ Hitze in ihm aufsteigen. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Um sein Fantasiebild vollständig zu machen, musste er nur noch dafür sorgen, dass die Mädchen sich halb zu Tode erschreckten. Ich will nach Hause, sagte Mrs. Farami. Mach dir keine Sorgen, Mom, erwiderte ihre Tochter Jeannie. Wir holen dich schneller hier raus, als du glaubst. Jeannis jüngere Schwester, Patty, bedachte Jeannie mit einem raschen Blick und sagte, und wie sollen wir das anstellen? Nein, die Krankenversicherung ihrer Mutter zahlte nur für das Bella Vista Pflegeheim, und das war drittklassig. Als Jeannie das Wrack betrachtete, das einst ihre Mutter gewesen war, hätte sie am liebsten geweint. Mom hatte die alzheimische Krankheit. Mom war noch keine 60. Jeannie, 29 Jahre alt, und die 26-jährige Patty, hatten die Hoffnung gehegt, dass ihre Mutter noch einige Jahre für sich selbst sorgen könnte. Doch an diesem Morgen um 5 Uhr früh war diese Hoffnung zunichte gemacht worden. Ein Polizist aus Washington hatte angerufen und mitgeteilt, er habe Mutter gefunden, als sie in einem schmuddeligen Nachthemd über die 18. Straße geschlurft war. Sie hatte geweint und gesagt, sie könne sich nicht mehr erinnern, wo sie wohne. Apostel Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020